Hier geht es zu unserer Akustikmesskammer. Was messen wir hier? Wir messen, wie leise ist das Gerät in der Praxis wirklich. Dazu braucht man eine reproduzierbare Messumgebung, deswegen hier dieser Aufbau. Boden reflektiert, Wände schlucken. Was erzeugt Lärm in dem Gerät? Alles, was sich dreht. Also Lüfter bei der Stromversorgung, Lüfter über den Prozessor, eine HD, wenn das Gerät noch keine SSD hat. Es geht einfach darum, wie hoch ist der Schalldruckpegel, die Schallleistung. Gibt es pfeifende, nervige Geräusche? Denn der Kunde, Ihr Kunde soll mit dem Gerät sehr zufrieden sein und nicht durch zu laute Geräusche oder nervige Geräusche gestört werden.